Also vielleicht vorneweg, wir haben uns so gedacht, wir haben uns so gedacht, jetzt nicht so einen Frontalvortrag oder so, irgendwie was zu halten, sondern das so ein bisschen in zwei Teile zu unterstiegeln. Wir wollen dann anfangen, im Prinzip mal Datenschutz klären, was ist Datenschutz, wo kommt der eigentlich her, was gibt es da für Unterschiede, wie so verschiedene Betrachtungen, dann Begriffe, vielleicht mal so ein paar grundsätzliche Sachen ein bisschen erläutern. Und dann geht es uns eigentlich mehr so, um so ein bisschen in eine Diskussion mit euch zu kommen, mit dem Ziel so, wo begegnet uns Datenschutz auch bei Podcasting und bei anderen Aktivitäten, die wir damit irgendwie auch zu tun haben könnten oder so. Und dann so eher so im Dialog mit euch so, okay, wo gibt es Fragen? Und dann eher so ein bisschen in die Richtung zu kommen, so die Fragen, die einen so unter den Nägeln brennen oder so, macht ja so, um so ein bisschen zu klären. Das ist so grob so die Idee von diesem Workshop. Und ja, im Prinzip, Datenschutz. Was ist eigentlich Datenschutz? Du darfst dich anwarten. Ja, es sind zwei, außer uns beiden, sind noch mindestens zwei professionelle Datenschützer hier. Hat jemand von euch einen Datenschutz gefunden, wo beruflich oder mehr? Beruflich. Ah, okay. Möchtest du schon anders? Ich ja doch. Entschuldigung. Die Datenschützer sind eben nicht die Zielgruppe. Aber nicht der Zielgruppe. Wir haben gesagt, es gibt Podcasts und das Thema Datenschutz, die richten sich in der Regel an die Datenschutzprofis. Und wir versuchen jetzt das so zu erklären, dass man es versteht, um was es geht. Und ich versuche das auch in dem Vokabular zu machen, weitgehend, das verständlich ist. Und schmeiß euch keine Paragraphen am Kopf, wo nicht notwendig ist. Also wenn es dann um ein paar konkrete Dinge geht, kann man da schon mal drauf eingehen. Oder wenn ihr da Fragen zu habt, da war es mal so ein Grundbegriff. Was ist eigentlich Datenschutz? Das ist so schwierig, weil Datenschutz hat eine unheimliche Bandbreite. Das gibt so quasi das, was die professionellen Datenschutzarbeiter machen. Also ich nenne das mal Datenschutzarbeiter, weil meine Kinder haben das früher so erklärt im Kindergarten oder in der Schule, weil sie sich Datenschutzbeauftragte oder solche komplizierten Begriffe nicht merken konnten. Und ich finde, das ist eigentlich eine gute Beschreibung für das, was man da tut, Datenschutzarbeiter. Und vor allem, was wir hauptsächlich in der Praxis machen. Also wir sind im Moment beide keine Datenschutzbeauftragten zu einer gesetzlichen Funktion, sondern eher im Thema Hilfspersonal unterwegs. Also sozusagen in der Praxis, wie kann man das zusammenbringen? Und ich möchte anknüpfen, weil das passt eigentlich gut an den Vortrag von Moritz gestern Abend, weil es darum ging, ich weiß nicht, habt ihr das alle nicht soweit mitgekriegt, Meinungsfreiheit versus Free Speech. Und er hat ja ein bisschen beklagt in unserem Grundgesetz, das heißt in der Verfassung, in den Basics, die ersten Artikel, die unser Zusammenleben bestimmen. Da kommt ja die Meinungsfreiheit erst ziemlich spät. Ganz vorne kommt was anderes. Und da ist auch der Datenschutz drin. Das heißt, das ist so ein historisches Bundesverfassungsgerichtsurteil, dass Datenschutz sich ableitet aus Artikel 2 und Artikel 1 Grundgesetz. Das heißt, das sind die freie Entfaltung der Persönlichkeit in Verbindung mit der Würde des Menschen. Ist eigentlich der Datenschutz, auch wenn es nicht formuliert ist. Und das sagt dann eigentlich, Datenschutz ist eigentlich ein blödes Wort für das Thema. Weil es geht nicht um den Schutz von Daten. Das ist eher so IT-Sicherheit oder irgend sowas. Sondern Datenschutz ist Persönlichkeitsrecht. Das geht um Menschen. Und das ist auch das, wo ich gestern in meiner Vorstellung kurz gesagt habe, wo ich dann auch immer denke, okay, was erzählt ihr hier? Das ist so der gefehlte Datenschutz. Man meint zu denken, das geht hier um Datenschutz. Aber eigentlich müsste man sich darauf konzentrieren. Es geht um die Menschen, zu denen die Daten gehören. Und da setzt der Datenschutz an. Was natürlich auch irgendwo Grenzen hat. Weil wenn man in die Juristerei geht, das ist immer so ein Thema oder die Technik, sieht das anders aus. Aber das ist so, ja, das ist ein Grundrecht. Das ist von der Verfassung garantiert. Das heißt, wer Datenschutz ernst nimmt, da geht es um Menschenrechte. Und dann geht es auch wirklich um historische Dinge, die gewachsen sind und auch eine Basis des Zusammenlebens sind. Und dann wird die Dimension größer und dann kann man sich vielleicht ab und zu was erklären. Ich will trotzdem nochmal so auf einen Begriff, der da in diesen Boxzählungsurteilen auch sehr rausgehoben wurde und ja immer noch gültig ist. Ganz essentiell ist es nämlich der Begriff der Selbstbestimmung. Es geht also nicht beim Datenschutz rum zu sagen, naja, ihr dürft das nicht und dürft das nicht und die Daten müssen so und so irgendwie sicher auf einem Server liegen oder sonst was. Es geht zunächst mal darum, jedem selbst bestimmen können zu lassen, was mit seinen Daten geschieht. Ja, ich muss selber entscheiden dürfen, was mit meinen Daten geschieht. Wenn ich damit einverstanden bin, das Google die verarbeitet und irgendein Nürkster mitmacht oder so, dann ist das einzig und allein mein Problem und meine Entscheidung und nicht die Entscheidung eines Datenschützers oder von irgendwen. Das Thema, was dann ein bisschen schwierig wird, wo es dann auch logischerweise zur Diskussion führt, ist, ich muss mich oder ich muss denjenigen, der da als Betroffener gesehen wird, natürlich irgendwie die Lage versetzen, das beurteilen zu können. Welche Risiken ergeben sich, wenn Google das dann halt verarbeitet, was macht Google eigentlich damit, das müssen sie halt irgendwie mir auch darstellen. Und da gibt es so ein paar Sachen, die dann wichtig werden, kommen wir nachher vielleicht noch ein bisschen mehr in der Diskussion drauf. Aber wichtig ist wirklich so, der Datenschutz ist nicht der Verhinderter von irgendwas, sondern derjenige, der dafür sorgen muss oder diejenigen, die dafür sorgen müssen, dass jeder selbst entscheiden können darf, können muss, was mit seinen Daten, für welchen Zweck, die auch immer verarbeitet werden, dann tatsächlich geschieben, welche Risiken sich ergeben. Dann muss er ein Urteil bilden, muss sagen, okay, das will ich oder das will ich nicht. Und das geht dann oftmals nicht und deswegen gibt es dann immer auch Rechtsstreitereien und große Diskussionen, aber ich denke, das ist auch nochmal ganz wichtig. Ja, und warum Datenschutz dann oft in der Presse ist oder warum es ab und zu knallt zum Thema Facebook, Google und so weiter, das ist ja schon gefallen. So ein Bild mal, um sich vorzustellen, was ist da die Problematik dran. Das heißt, wir leben hier in Europa, Datenschutz ist nicht nur in unserem Grundgesetz, sondern auch europäisch analysiert. Wir kriegen 2018 einheitliches Datenschutzrecht in 27 Ländern und wir haben im EU-Vertrag von Lissabon Datenschutz als Konkrecht drin. Jeder EU-Bürger hat das Recht auf Datenschutz, das ist explizit sogar benannt. Und das ist so das Thema, wir waren beide in den USA letzten Dezember und da habe ich dann als erstes sozusagen für Schulruhe mir da gleich mal ein Video gemacht, das wir leider technisch in so einer wiesen Qualität haben, das wir mir jetzt nicht zeigen können. Aber wer von euch war schon mal weltweit auf Flughäfen? Kennt ihr den Unterschied zwischen diesen Gepäckwagen, Kufferkulis oder wie man die bei uns nennen, am Bahnhof auch, zwischen Europa und USA? Ja, die kosten kein Geld in den USA. Das wollte ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, ist aber auch gut. Eventuell auch ein Aspekt, nee, ich wollte das mal selber sehen, als ich war das erste Mal in dem Design im Gezemberg. Bei uns, wenn ich mein Gepäck auflade und ich will losfahren, was muss ich dann machen? Drücken. Bremse lösen. Drücken, genau. In den USA rollen die Dinger und wenn ich anhalten will, muss ich bremsen. Und das ist ein schönes Bild im Kopf. So sehen die auch Datenschutz. Das heißt, die machen erst mal, bis einer Stopp schreit bei Facebook, hey, hier läuft was schief und dann kümmern die sich drum. Und bei uns ist das Grundprinzip, hallo, klär das bitte vorher ab und erst dann darfst du. Und deswegen knallt das voll aufeinander und deswegen gibt es die Problematiken und die Diskussion und die gerichtlichen Auseinandersetzungen. Also das ist so ein Bild, wenn man das im Kopf hat, erklärt das viel und man kann sich ein bisschen in das Bild einfinden und man kommt dann weg davon, ich verstehe das Ganze nicht, was haben die jetzt, muss ich jetzt das Gesetz lesen. Also das vereinfacht das Ganze. Vor allem auch das Verständnis zwischen deren Kultur und unserer Kultur. Wir haben ja relativ häufig mit amerikanischen Unternehmen zu tun, die bestehen und überhaupt nicht, was wir für ein Thema haben. Die kommen damit einfach nicht klar, weil die das vollkommen andersrum gewohnt sind. Für die fängt Privatsphäre im Schlafzimmer an, weil uns hört es an der Haustür im Prinzip schon komplett auf. Also da gibt es nichts mehr, wo der Staat oder wer auch immer da irgendwie drüber darf. Bei denen ist das so im Kopf, naja, Schlafzimmer ist klar, das ist dann super intim und das ist dann privat, aber alles andere ist eigentlich erst mal shit egal. Wo man das aussieht, dass es halt eben nicht nur ein Datenschutzthema ist, also ich finde das auch ein schönes Beispiel. Es gibt viele Nahrungsergänzungsmittel, die sind in den USA vollkommen offen zu kaufen. Die kannst du in jedem Supermarkt in Massen kaufen und das Maximum, was da passieren kann, nachdem dann irgendwelche Kinder irgendwann mal tot umgefallen sind, ist, dass man da drauf schreibt, für Kinder nur maximal fünf Bonbons und dann halt lieber nicht mehr oder so. Das würde es bei uns nie geben. Also das wäre erst vorher zu testen, ob überhaupt, und wenn das gefährlich ist, kriegst du das in keinem Supermarkt, sondern dann ist das halt nur in Drogerien oder in der Apotheke zu kriegen. Und das ist da schon extrem. Genauso diese Sportgehen, kennt auch jeder, gibt ja ein paar lustige Sachen, Katze irgendwie an die steif gefrorene Mikrowelle tun und so, dann steht dann irgendwann in der Bedienungsanleitung drin, darfst du halt nicht machen. Aber das war es dann auch schon. Bei uns wirkt das halt anders aus. Auf der anderen Seite ist was Positives, und das mal gleich in das Positive noch mal umzukehren, aber dann in Amerika eben schon schöner, dass wenn was passiert, und es ist halt wirklich daneben gegangen, dass du halt wirklich recht auf Privatklage hast, was hier in Deutschland, und wo dann richtig Geld fließt, also wo es dann immer ganz schlimm wird, was hier in Europa eher nicht so stattfindet. Also so diese typischen Klagen gegen was weiß ich, Apple oder so, weil das iPhone halt jetzt doch nur drei Stunden läuft, statt zwei, vier, wie versprochen, kriegst du halt irgendwie eine mündlich breite irgendwas rein, das ist halt hier eher ungebrochen. Also gibt da vorher Nachteile, was dann im Prinzip auch so bedeutet, sagt Dieter da auch immer gerne, was jetzt davon besser ist oder schlechter, also ob das stetige Verbot, und erst die Erlaubnis, nachdem man dann irgendwo was drinstehen hat oder einen Vertrag gemacht hat oder irgend sowas, zu haben, und ist das der bessere Datenschutz, oder ist der Datenschutz besser, wo man sagt, naja, wir machen halt erst mal, gucken, dann halt, wenn sich jemand beschwert, dann müssen wir es halt einschränken. Das, also, in 200 Jahren. Kann das irgendwie, also ich möchte es nicht beurteilen, weil letztendlich so den abschließenden Beweis, da dann keine andere Bedeutung. Was sind eigentlich personenbezogene Daten? Also da gibt es so juristische Definitionen. Ich gehe mittlerweile in der Praxis dazu über, dass wir sagen, im Prinzip alles, wenn ich es ans Internet denke, sowieso, also es ist alles irgendwo personenbezogen. Was aber eben nicht heißt, weil viele haben dann Angst davor, okay, das will ich jetzt nicht personenbezogen. Die meinen haben ja es verboten, das heißt es eben nicht, sondern, wenn es personenbezogen ist, dann muss ich darüber nachdenken, was tue ich da? Also, das ist eigentlich das Prinzip von Datenschutz. Wir haben zwar so dieses Prinzip verboten mit Erlaubnis vorbehalten, man sieht das juristisch, aber es geht eigentlich darum, ja, dann überleg dir Datenschutz, was machst du da? Und da ist so ein wichtiger Punkt, die Zweckbindung. Also, überleg dir, was hast du vor, um diese Transparenz herzustellen, um denjenigen, dessen Daten, das da sind, in die Lage zu versetzen, da quasi was tun zu können. Und da hast du heute ein schönes Beispiel gefunden, heute früh, das war die Teilnehmerliste. Genau. heute Morgen kann man kurz so durchsagen, jeder schreibt da sich mal irgendwie in diese Teilnehmerliste rein, weil wir wollen ja wissen, wie viele da sind. Und der Datenschützer müsste da jetzt eigentlich total intervenieren, genauso wie für Videoaufnahmen hier, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber für den Zweck, wie viele Teilnehmer hier sind, muss ich nicht aufschreiben, wer das da ist. Also, wenn ich jetzt als Datenschützer Transparenz gegenüber den Betroffenen, der Betroffene ist halt derjenige, um den es dann letztendlich in den versionbezogenen Daten geht, sage, der Zweck dieser Liste ist eigentlich nur rauszukriegen, wie viele Leute hier anwesend sind, heute und dann morgen gibt es halt wieder eine Liste, müsste sich keiner da einteilen mit Namen oder sonst irgendwas, dann würde es vollkommen reichen, wenn jeder einen Strich macht. Dann ist das nämlich von vornherein ein anonymes Datum und kann eben nicht mehr so einfach jemandem zugeordnet werden. Ich sage jetzt mal, das ist jetzt kein Rieses Problem, aber das ist so, müsste man eigentlich an solche Dinge rangehen. Also, der wichtige Punkt ist schlicht und ergreifend, okay, grundsätzlich personenbezogene Daten sind im Prinzip heutzutage eigentlich fast anders, weil sie immer irgendwie zuzuordnen sind. Kann man grundsätzlich eigentlich fast schon ausgehen, 2018 mit der Europäischen Grundverordnung wird das eh nochmal ein bisschen manifestierter, weil da selbst anonyme und pseudonymisierte Daten als personenbezogene Daten gelten. Wichtiger Punkt ist diese Zweckbindung als Begriff. Also Zweckbindung heißt, ich muss klar machen, wofür ich diese Daten erhebe und verarbeite. Was ist eigentlich das Ziel? Und das muss ich demjenigen, der da als Betroffener gilt, das ist auch so ein typisches Wort aus dem Gesetz, Betroffener, die da eigentlich nicht um die es da geht. Das muss ich dem klar machen, das muss ich dem transparent machen. Warum erhebe ich die Daten? Wie verarbeite ich die Daten? Sodass er eben das, was ich am Anfang gesagt habe, die Möglichkeit hat, selber zu bewerten. Okay, das passt, das macht Sinn, das ist schlüssig und was für ein Risiko habe ich und will ich das oder will ich das nicht? Zwei Begriffe will ich noch mal schnell aufgreifen, weil die sehr, sehr häufig fallen in so Diskussionen mit Datenschützer, also vor allem, wenn auch Rechtsanwälte anwesend sind, wir sind beide jetzt eher Techniker, ist verantwortliche Stelle und Dritte. es gibt in diesem ganzen Spiel um die Verarbeitung von personenbezogenen Daten eigentlich drei Parteien, da sind einmal betroffen, also gegen ETHS her, da gibt es diejenigen, die die Daten verarbeiten, das ist die verantwortliche Stelle und dann gibt es Dritte, das sind alle anderen und die haben in der Regel erstmal, außer es gibt da wieder auch wieder irgendeine Rechtsgrundlage, überhaupt nichts mit der Verarbeitung mit den Daten und mit der Auswertung von Daten zu tun. Das sind so die drei Rollen, die es da gibt in der Umwelt, die man da beachten muss und wichtiger Punkt ist eben, muss ein Zweck haben, das muss klar sein und ganz wichtig ist, das muss vor allem den Betroffenen auch in irgendeiner Form so mitgeteilt werden, dass er damit gut anfangen kann. Problem, wie es nicht immer einfach, das kennt man, iTunes, Apple, Microsoft, alle, die irgendwie was machen, Google auch, da kommen dann diese riesigen Dinge, hier, wie nennt sich das Einwilligungserklärung oder was machen, Datenschutzerklärung oder was auch immer da immer so dran steht, so verarbeiten wir eure Daten und dann hast du dann 24 Seiten, wo dann genau drin steht, was wir machen, jeder weiß, das liest Kant, also wirklich so bewusst, dass er dann auch tatsächlich die Wahl hat zu sagen, naja gut, iTunes, das ist mir jetzt vielleicht nicht so sehr, ich nenne mich doch lieber Spotify oder so, muss man sich auch ein bisschen über dem Klagen werden, aber letztendlich ist das natürlich eine Frage, wie man es dann letztendlich auch dann gerne macht. Also das war quasi so mal für uns gedacht, die ersten 20 Minuten mal so ans Thema heranführen, wie wir das Thema Datenschutz sehen und das Bewusstsein sozusagen anzusetzen, eigentlich reden wir hier über Grundrechte und im Anzugrüpfen von gestern und in Europa eben stehen diese Grundrechte über anderen Dingen und deswegen ist das ein wichtiges Thema und das begegnet uns halt an und zu und dann hat es wahrscheinlich auch mit Podcasten zu tun, weil dann die Podcaste und die Nutzer oder die Hörnerinnen und Nutzer nämlich, ja. Also, also, ich habe jetzt gerade ein konkretes Beispiel, seitdem ihr habt jetzt noch eine Agenda, die ihr... Ne, das war jetzt die Einleitung und jetzt ging ein... Du hast nämlich, glaube ich, gestern in der Vorstellung schon angestellt, du hast ja ihr Vater noch vorhin mir diese Cookie-Meldung versetzen müssen. Okay. Das ist ja jetzt irgendwie so ein Phänomen seit ein, zwei Jahren, dass jeder blödebar hier gelaufene wie die Kaka-Website mich fragt, ob ich die Cookies akzeptieren will. Ja. So, da kommt natürlich daher, weil hier recht auf Selbstbestimmung... Wie heißt das? Information. 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 So, aber die Browser bieten seit es Websites an, ergibt, 1995 bieten die Browser an, das komplett einzustellen. Informationell Selbstgestaltung. Wer ist auf diese bescheuerte Idee gekommen, dass ich jetzt in jeder Website anhaken muss, dass ich diese blöden Cookies akzeptiere? Sagen wir so, es war rechtlich schon immer so. Ja. Nur, es gibt Juristen, die damit Geld verdienen, indem wir Abmahnungen machen. Also, es hat auch damit zu tun, das ist ein prima Geschäftsmodell, auch im Urheberrecht, bestimmten Dingen nachzugeben. Und die Problematik ist dann, also, da kommt man dann so in die Feinheiten auf den Websites. Wie kannst du den Nutzer erklären, was du hier personenbezogene Daten verarbeitest? Und das Problem ist, das Gesetz fordert schon immer, bevor du diese Daten erhebst, musst du den informieren. Und das ist, wenn ich tiefer in die Technik gehe, das ist auch in der Entwicklung her, das muss erst mal auf der Ebene diskutiert werden. Das muss erst mal bekannt sein und eben, wie gesagt, die Entwicklung kommt aus einem anderen Rechtssystem her, die dieses Problem nicht kennen, nicht sehen, nicht verstehen. und dann muss ich das irgendwo entwickeln und dann muss es irgendwo mal knallen und dann gibt es halt verschiedene Dinge und dann kommt es wieder darauf an, wen kann ich abmachen. Und dann kommt die große Frage, des Chefmanagements in so einem Unternehmen, ja, wir haben hier irgendwie ein Portal, Webseite und der Bar, jetzt sag mir mal, lieber Rechtsanwalt, du bist ja hier, Internet, bist du auch irgendwie, machst du da Schreibenschutz noch nebenbei, was mache ich denn jetzt dagegen, damit der Michelle Zett da jeden Monat mit ein paar tausend Euro belabert. Und dann findet man halt Lösungen und eine Lösung, die sich relativ schnell durchgesetzt hat, weil sie technisch einfach umzusetzen ist, ist diese, blend da was ein, da klickt er da drauf, das ist technisch nachweisbar, also du hast dann in den Logdateien drinnen stehen mit der IP-Adresse, ist der da rangegangen, dann hat der um die Uhrzeit da auf diesen Button gedrückt und war damit einverstanden, alles geht weiter, das wird von Richtern akzeptiert. Das ist technisch gesehen eine vollbringende schwarze Dinge. Was Dieter auch meint, was meiner Meinung nach echt wichtig ist, also ich bin zufälligerweise auch im W3C unterwegs und da werden ja Protokolle und alles mögliche so auch mal diskutiert, wie geht es weiter mit dem World Wide Web und so und da gibt es einen schönen Mechanismus, den es schon länger gibt, den Protokollen auch schon niedergeschrieben ist, do not drag. Gib es in deinem Poser einfach an, für diese Webseite bitte nicht drücken und das wäre ja im Prinzip genau das Equivalent. große Problematik, die da im Moment noch bestehen, das ist halt kein Protokoll, was sich durchgängig umgesetzt hat, also im Sinne von in jedem Browser so und so gehört, das ist halt der eine und die Nachweisbarkeit ist auch noch nicht so bewiesen. Wo die jetzt dran sind, also um da mal zu sagen, okay, da geht es natürlich über den Denker auch weiter, die sagen sich jetzt, da gibt es einen Vorbruch, do not drag, im Prinzip so eine Arbeitsgruppe, die sich jetzt darüber Gedanken macht, mal eine Implementierung hinzukriegen, die man dann den Aufsichtsbehörden, die es da gibt, die darüber entscheiden, was datenschutzmäßig okay ist und was nicht, praktisch eine Testimplementierung zu zeigen auf einer größeren Plattform und dann zu fragen, Leute, ist das das, was ihr eigentlich wollt? Ist es das, was akzeptabel ist? Dann stellen wir das jetzt hier vor, wie man das technisch umsetzen kann und dann wäre das so eine Lösung, wo du eben nicht mehr diesen Balken da kriegst und musst da klicken oder so, sondern du stellst in deinen Browser ein für die Webseite was weiß ich hier potlaufirgendwas .org da möchte ich nicht gedreckt werden. Das stellst du dann in den Dashboard ein auf deinen Browser bei dir zu Hause brauchst du keinen zentralen Server für nichts und dann wäre das eigentlich eine vernünftige Lösung. Aber das muss erstmal gemacht werden, das muss immer umgesetzt werden und was da ein wichtiger Punkt ist, so eine Aufsichtsbehörde, da gibt es Aufsichtsbehörden, die über Datenschutz Aufsicht führen, die dann gefragt werden, ist das eine vernünftige Lösung, kannst du damit leben und die sagen dann, das hört sich irgendwie an, so können wir es machen und dann musst du es halt nochmal durchsetzen. Das dauert halt alles. Ich bin jetzt kein Techniker und ich kenne das auch, was du erzählt hast mit dem Cookies, was ich mich immer frage, ist, was passiert und dann eigentlich, wenn ich das nicht anklicke oder wenn ich es anklicke, hast du mir jetzt gesagt, es wird protokolliert, aber wenn ich es nicht anklicke oder wegklicke, wird es trotzdem geklickt oder bremst es tatsächlich? Das bremst du es nicht aus, sondern es werden tatsächlich für dich dann und dann brauchst du keine Cookies abgelegt. Dürfen die nicht. Das heißt, das greift schon auf das Unschuldige. Das steht ja nicht dabei, was passiert. Ja, das steht ja nicht dabei, aber deswegen macht man das ja. Das Blöde ist halt, was halt echt stört, ist, ja, die machen das, aber du kannst es eigentlich nicht wirklich nachvollziehen. Ich kann es aber auch nicht, finde ich auch nicht praktikabel, dass ich dann bei jeder Webseite auf den Browser gerne muss und den Browser einschalten, ob das jetzt dort darf oder nicht. Also das ist ja noch ärger. Ja, der Unterschied ist zumindest als positiv mal positiv da drangegangen. Der Unterschied ist, früher haben sie gar nicht gefragt, es hat einfach keine Socke interessiert. So, die haben halt ein kurzes Gesetz, ob du das wolltest oder nicht. Also du hast einen Browser, außer du hast einen Browser, der das sauber macht, aber natürlich jeder macht das sauber. Ja, und dann kommt die nächste Version, hast du wieder ein Thema und gab es nie eine zufriedenstellende Lösung. Das ist jetzt zumindest mal eine Lösung, die irgendwie akzeptiert wird, die ist nicht schön, die ist in der Praxis vollkommen unbrauchbar, aber wie, das wollte ich eigentlich nur sagen, ja, da überlegen auch noch ganz andere Leute, wie kriegt man das jetzt so sauber hin, dass man im Prinzip beide Seiten irgendwie zufriedenstellt. Was mir wichtig wäre als Datenschützer ist nicht, dass das irgendwie, dass die keine Guckys setzen oder sonst was. Mir viel wichtiger wäre, also nochmal, um auf den Punkt zurückzukommen, informationelle Selbstbestimmung, dass du eine Möglichkeit trägst, das für dich selbst nachvollziehbar in deinem Browser lokal sauber einstellen zu können. Du gehst auf bestimmte Webseiten, da möchtest du das, weil es funktional auch gut ist, ja, weil du es vielleicht willst, dass die wissen, wann du das letzte Mal was angeklickt hast oder so und bei anderen willst du das nicht und dann musst du das irgendwie auch mal richtig in einer Art Dashboard auswählen können und steuern können und das kannst du heutzutage, außer mit Do Not Dreck überhaupt nicht, nur Do Not Dreck hat im Moment noch das Riesenproblem, das interessiert auf der anderen Seite im Moment keine, Sorge. Und wie ist es beim Podcast? Entschuldigung, wenn es mal braucht. Ja, jetzt kommen wir zu den Podcast. Das ist ja Analytics super, die das so schön da herstellt. Ich frage mich, wofür brauche ich diese Zeugen? Genau, das ist der Punkt. Aber ich da habe ja überhaupt keine Möglichkeit mehr irgendwie. die Sache ist, also zum einen ist ein super Beispiel. Also wo begegnet uns das als Podcast? Immer dann, wenn du irgendwie auch noch eine Webseite betreibst und irgendwie was machst oder wenn du selbst in deinem Podcast irgendwie Daten auswertest. Der Punkt wäre, also eigentlich müsstest du hingehen und überlegen, okay, genau wie du sagst, ich weiß zwar nicht, was ich bezahlen will, wenn ich irgendwas habe, was ich gar nicht brauche, dann also vorher überlegen, was ist mein Ziel mit solchen Daten, irgendwie, was will ich damit erreichen, welche Daten brauche ich überhaupt? Und wenn ich dann sowas mache, natürlich musst du deine Klientel, also die, die betroffen sind von den Daten, die da erhoben werden, irgendwie klar machen, okay, pass auf, ich möchte das Ziel erreichen, deswegen erhebe ich die und die Daten und ich habe sie auch einigermaßen unter Kontrolle. Mit Google Analytics, sage ich jetzt mal zu meiner eigenen Behauptung, habe ich gar nichts mehr unter Kontrolle. Deswegen wäre das zum Beispiel so ein Thema, wo ich sagen würde, brauche ich das jetzt unbedingt, brauche ich das nicht, wenn ich es nicht brauche, lasse ich es bitte schön. Weil das wirklich bei dem, der da eventuell nachher ein Problem mit hat, also bei den Leuten, die ich eigentlich ansprechen will, habe ich eher ein Problem, als wenn ich da nutzen kann. Jetzt gehe mir heraus, dass der Botlook Publisher Daten, die sowieso da sind, nicht extra jetzt welche erhebt, nicht extra welche Abfrage, sondern das sind Daten, die sowieso zur Verfügung stehen. Und wenn man da dargestellt wird, dann sehe ich ja da nur, wie viele Daten gesammelt werden, die einen mit Google Analytics haben. Ich würde gerne mal eine Frage zwischenrein stellen. Mir läuft das ein bisschen aus dem Ruder. Wer betreibt denn hier einen Podcast geschäftsmäßig oder gewerbsmäßig? Dann ist diese ganze Thematik immerhin für anderthalb Leute interessant hier im Raum. Also ein Punkt ist, von den Gesetzen her, also jetzt Deutschland erstmal, Telemediengesetz, dieses Thema Impressum, das ist ja auch so ein Thema. Impressumspflicht, nur gewärtliche Nutzung. Allerdings wahrscheinlich in der Praxis, wenn man so an die Grenze kommt mit Flatter und so ein Zeug, also wenn das Finanzamt das unterstellt, wenn man auf der Sicherheitsseite sein will, kann man sowas auch machen, aber Privatpersonen, die trifft das nicht. Das Thema Datenschutzhinweise dagegen, das trifft jeden Diensteanbieter und Diensteanbieter ist jeder, der quasi da was anbietet. Das heißt, das Thema über Datenschutz informieren, da wo auch Cookies drin sind, das trifft dann eigentlich jeden und bei gewerblichem und so ist das Thema nochmal verschärft, weil da gibt es dann quasi noch Formanforderungen, da gibt es quasi in der Beschreibung im Themen-Medien-Gesetz, Paragraph 5, Absatz 1, schieß mich tot, da gibt es ja auch viele Vorlagen, da gibt es auch was Spannendes, weil eigentlich geht es ja darum, den Nutzer interessant zu informieren. Also ein Datenschützer in Deutschland macht das ganz gut, das ist ein Podcaster, allerdings richtet er sich an Profis, das ist datenschutz-guru.de, der hat schöne Datenschutzhinweise, wenn man die mal durchliest, der erklärt das und da ist auch das Thema Dunkel-Analytics drin, weil es gibt auch diese IP-Adress-Schordner und so weiter, wobei nochmal an den Anfang zurückzugehen, ich muss mir wirklich überlegen, brauche ich es und wenn ich in der Lage bin, was abzuschalten, das ist dieses Privacy by Design, dann soll es auch sein und das ist auch das Problem bei den Browsern, die Hersteller werden nicht auf die Idee kommen und das bei Default ausschalten, dass Cookies nicht funktionieren, weil dann gehen nämlich ganz viele, die Geld verdienen wollen, auf die Barrikaden und in den USA hängt da halt Werbung dran und die haben eine andere Werbungskultur. Die ist für mich nicht nachvollziehbar, ich kenne die so nicht, ich will die auch nicht, aber das ist halt das Thema, ist einfach anders als bei uns und von daher ist das klar, dass die diese Voreinstellungen haben und das ist so die Problematik. Das heißt also, nochmal zurück, wichtig als Podcast, da wird es irgendwie an die Grenze geht, Professionalität. Eigentlich steht drin, bin ich Angebot gegen Geld, aber das ist so, ich würde sagen, wenn so ein Finanzamt anspringt oder meine Steuererklärung dazu abgibt, dann kommt man an die Grenze hin und dann sollte man gucken, auch dieses Impressumsthema zu machen, dass da geredet ist. wo man dann, aber ich kriege hier vollkommen recht, also das Thema ist natürlich, wir gucken, okay, was ist jetzt wie relevant für wen und so, aber ich finde ja auch bei dieser DMG ist das schon relevant, auch für das Privatmaß und da gibt es schon gesetzliche Vorschriften, ich denke mal, unabhängig davon, ist halt wichtig, ich muss ja selber mal wissen, was auf meiner Büchse da los ist, also dieses Beispiel ist nicht schlecht, ich gehe mal davon aus, dass Podcastloff das und das nicht macht oder das und das macht oder keine Ahnung, also wichtig ist, ich muss erstmal irgendwie rauskriegen, was brauche ich, was muss ich da irgendwie selber erheben, damit ich an das rankomme, was ich da haben will, also so Statistiken sind schon sinnvoll, wie viel haben wir abgehoben, wie viele Wiederholer gibt es und solche Dinge, da muss ich mir überlegen, was passiert und der zweite Punkt ist, ja, ich muss das meinem Klientel irgendwie klar machen, ich muss dem mit diesen Datenschutzhinweisen im Prinzip erklären, pass mal auf, ich erhebe die und die Daten aus dem Grund und dann sollte der Grund auch der sein, wofür ich es mache und nicht irgendwie so und ansonsten hebe ich die auf und gucke mal in zwei Jahren, was ich noch tolles mit den Daten machen kann, sondern dafür nehme ich das dann und dann hole ich mir praktisch die Rechtsgrundlage über eine Einwilligung und erkläre und dann lasse ich den Namen im Prinzip einwilligen, okay, ich bin damit einverstanden, dass die Daten erhoben werden und zwar aus jedem in den Zwecken, die ihr da aufgeführt habt und dann ist alles gut und dann seid ihr, also was das angeht, auf jeden Fall auf der sicheren Seite, der Rand, der da sich noch ein bisschen aufruht, ja, ihr verwendet alle Tools und natürlich ist es wichtig rauszukriegen, was die Tools dann noch so ansteuert, vor allem wenn ich die eben nicht selber im Griff habe, also gegen Google Analytics ist grundsätzlich gar nichts zu sagen, aber ich muss halt wissen, was da passiert, ja, vom Grundsatz her erstmal nicht, solange klar ist, was machen die damit und wo findet das statt, ja, und wenn ich eine Einwilligungserklärung hinkriege, wo ich das sauber darstellen kann und sauber meinen Betroffenen klar machen kann, aus den Gründen, gebe ich denen die Daten und schick das Ergebnis zurück und ist alles wunderbar, kriege das sauber abgebildet, dann wäre das auch gar kein Problem, aber leider gibt man es nicht sauber abgebildet, weil es halt ein amerikanisches Unternehmen ist, was das nicht so einfach zulässt, Verträge kann ich mit denen nicht machen, ja, also privatperson nicht, also privatperson nicht, auf Tagsdatenverarbeitung, man könnte da was machen, wobei ich da vorher nochmal auf was anderes eingehen würde, wer kennt die Zwei-Klick-Lösung nicht? Nicht. Und zwar für Social Networks, bei Heise kann man das wunderbar angucken, es gibt eine Zwei-Klick-Lösung, das heißt, Flatter, Facebook und alles ist ausgegraut, ich klicke da drauf und erst dann share ich, weil tatsächlich im juristischen Sinne kommt es davon an, man wird übermittelt und die haben ihre Plug-ins, also Facebook als auch Twitter, deren Plug-ins sind so gestaltet, auch Google Plus und wahrscheinlich viele andere, die haben die so gestaltet, dass die Daten beim Aufrufen der URL schon rüber gehen und wenn du jetzt Gewerbetreibender bist, dann hast du ein Problem, weil dann verstößt du gegen Datenschutzrecht, wenn du keinen Vertrag mit denen hast. Und das ist die Problematik und dann kommt es wieder darauf an, bieten dir die einen Vertrag über das Thema an, weil nach europäischem Recht gibt es quasi so mehr oder weniger zwei Zonen, ich vereinfache es jetzt mal, es gibt innerhalb Europas und es gibt außerhalb und wenn es außerhalb ist, dann gilt das europäische Recht nicht, dann kannst du das auch nicht einklagen und nicht durchsetzen, daher muss derjenige, der das anbietet, das richtet sich quasi an die professionelle und so, Datenverarbeitung an die Firmen hauptsächlich, aber auch Einzelunternehmer, dann musst du dafür sorgen, dass es außerhalb der EU auch einklagbar ist und da gibt es Vertragskonstruktionen, die mittlerweile auch von fast allen namhaften angeboten werden, da wird es aber dann teilweise beliebig kompliziert, da gehört zu, diese Basis war mal Safe Harbor-Quizitale von USA, das war das, was explodiert ist letztes Jahr und nicht mehr zulässig ist und jetzt gibt es im Moment nur noch die EU-Standardvertragsklausel oder das ist aber nur firmenintern, also es gibt firmeninternen Regelungen, die werden für Podcasts wahrscheinlich ja gut gesammelt, aber nachdem man es im Konzern hat, noch nicht. Also wenn man quasi im Konzern im Podcast, dann ist es durchaus mal wieder zu überlegen, aber da hat man dann meistens sowieso einen Datenschützer, mit dem man das durchspricht. Weil das ist, da gebe ich mir vor, vielleicht hier wahrscheinlich eher weniger relevant, obwohl es mit Sicherheit interessant ist. Aber diese Zweiglicklösung, um das nochmal abzuschließen, was wichtig ist, was da passiert ist, beim ersten Mal anklicken, wird im Prinzip nochmal nachgefragt, ob du damit einverstanden bist, dass Daten übermittelt werden an Facebook, Twitter, wen auch immer und dann musst du explizit zustimmen und das ist dann die Einwilligung dazu. Und dann ist nämlich genau dieser Konstrukt, der dann letztendlich auch gefordert ist, du hast auf der einen Seite was mit der Webseite in greise.de irgendwas zu tun und übermittelst jetzt irgendwie ein Like oder sonst irgendwie was oder ein Twitter, eine Meldung oder so, da hast du gar nicht mit der Heise zu tun, sondern da hast du auf einmal mit Twitter oder mit Facebook zu tun, aber dieser Übermittlung, die da jetzt erfasst werden, stimmst du dann explizit zu. Das ist dann letztendlich schon eine Einwilligung, wo du nachher auch nicht sagen kannst, oh, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Habe ich da so bestimmt, wie ich die Webseite aufgerufen habe oder so, weil du musst tatsächlich klicken, also du klickst das erste Mal drauf, dann bist du gefragt, bist du damit einverstanden, kennt ihr vielleicht auch von Apple, akzeptieren muss man da in der Regel immer zweimal. Bei der Installation von irgendwas wird akzeptieren, dann drückst du auf akzeptieren, dann kommt noch mal eine Meldung hoch, möchtest du das per Mail noch mal geschickt kriegen, die Bedingungen, und akzeptierst du das jetzt. Und dann klickst du noch mal drauf, da kann keiner behaupten, nee, davon habe ich jetzt nichts mitgekriegt. Also das ist dann vor Gericht dann letztendlich schon Beweis dafür, dass du mit bestimmten Dingen einverstanden warst. Mit Einfachheit und Usability hat es natürlich damit zu tun. Das ist natürlich die Problematik. Und das ist sozusagen, gehen wir nochmal zurück, warum wir die Einleitung gemacht haben. Es geht hier um Grundrechte. Eins muss man bedenken, dieses Gesetz ist sozusagen auf einer Verfassungsebene und gilt dann für alle. Das gilt auch im Verhältnis zum Staat, wobei es dann in der Spezialregelung gibt, da wollen wir jetzt nicht eingehen, aber im Prinzip ist halt das so ein Thema, das ist technologieneutral, einheitlich geregelt und da muss sich halt jeder dran halten. Das ist die Problematik dabei und dann kann man das vereinfachen. Es gibt so das Thema, wie weit will ich da mit zu tun haben und in Verantwortung stehen und wenn ich so die Vorträge gestern und heute angucke, denke ich, zumindest die Podcasts, die hier sind, die machen sich dann wahrscheinlich eher Gedanken darüber, zu welcher Sorte will ich gehören. Du kannst sagen, okay, ich gucke drauf, was ist formal notwendig, spiele da mit, und gehe da durch und wenn jetzt halt mal die Staatsanwaltschaft vor der Tür steht, dann hat die schon einen Grund und dem gebe ich dann auch alles. Also das ist so die eine Linie, die man machen kann oder man denkt dann weiter und sagt hier, was kann da noch passieren, was ist denn eigentlich mit meinen ganzen Logfiles auf den Servern und was ist denn, wenn da irgendwo mal was draus konstruiert ist und die haben dann Zugriff und das ist das Thema, warum ich dann auch sage, IP-Adressen sind personenbezogen. Das kannst du als Podcaster nicht sendbar auflösen, zumindest nicht in den meisten Fällen. Also es gibt Möglichkeiten, die abfragen, wer steckt dahinter, aber so den einzelnen User, wenn der über das Handy auf deine Seite kommt, da weißt du nicht, wer das ist. Außer du gehst tiefer rein und hast irgendwelche Dinge über Newsletter und trackst die und gehst da mit ein paar so, ja sage ich mal, aus Datenschutzsicht unsauber Methoden vor, aber so im Normalfall heißt das nicht, kannst du auch nicht auflösen, für dich ist es nicht personenbezogen. Der Punkt ist aber, wenn du diese Daten sammelst und irgendeiner, die mal braucht, der sie wieder auflösen kann, dann sind die definitiv personenbezogen. Also das ist auch so ein Thema, das geht ein Stück weiter, also das ist so ein Thema, wo ich so ein bisschen immer leidenschaftlich bin, darüber hinaus zu denken und zu sagen, hallo, da gibt es auch noch andere, die ein Interesse daran haben und das ist so auch mein Tagesgeschäft, ich mache so hauptsächlich Beschäftigte-Datenschutz, so zu diskutieren auch mit den Security-Leuten. Meine Gegenüber sind nicht die Abmensch und die ITler, sondern ich diskutiere hauptsächlich am härtesten mit Security-Leuten und sage, hey liebe Leute, dann erklärt mir das und dann haue ich euch auf die Finger, da wo ihr nicht weiter dürft und dann sage ich, irgendwo muss auch ein Ende sein, also ein so Thema, was ich häufig habe, ist, ja, wir hängen das für immer auf, das für immer gibt es nicht. Lass uns drüber reden, was ist ein sinnvoller Zeitraum. Und das entlastet dich eventuell und hat uns Spaß, dann eventuell auch Speicherplatz. Ist natürlich schwierig im Podcast-Umfeld das jetzt nachzuvollziehen, weil Podcast, muss man auch sagen, Podcast richtet sich an die Öffentlichkeit. Das heißt, deswegen seid ihr jetzt nicht in einem Mienfeld, sage ich mal, so sehr unterwegs, wenn du jetzt Apps entwickelst und da irgendwas sammelst, über Nutzungsverhalten, das ist nochmal eine andere Nummer, aber so als Podcaster zum Beispiel, ihr braucht euch jetzt weniger Gedanken machen bei dem Thema Auffordentlichen zum Beispiel. Ihr überschreitet ja auch schon Landesgrenzen, aber das Thema ist, im normalen Production Workflow, im normalen Workflow vom Podcaster, das sind alles Dinge, die veröffentlicht werden sollen. Da ist ja nichts Geheimnis dabei. Also schwierig wird es dann, wenn du das mit, wenn du Telefongespräche von anderen Leuten mitschneidest und schmeißt ihn auf, dann hast du ein Problem. Also ihr habt normalerweise Dateien, die sind zum Veröffentlichen da und dann sage ich, das ist Datenschutz, das ist gelebter Datenschutz, denn die, die das aufgenommen haben, die wollen ja, dass es jeder sieht und das ist auch scheißegal, weil die MSA kann sich das auch anhören, das ist halt, ist völlig wurscht, weil es sind dann alle gerichtet und daher hast du dann auch an der Stelle kein Problem, aber das sind so halt Punkte mit, wenn man jetzt mit Interviews und so weiter geht, als Datenschützer, wissen die Beteiligten, was da passiert, zum Beispiel, wenn jetzt hier offensichtlich eine Kamera ist, ja, wissen die Leute, dass das da aufgezeichnet wird oder nicht. Also das sind so Themen, die kann man sich dann überlegen, also weiß man gegenüber, ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass jetzt jemand hier auf dieser Konferenz ist, der damit nicht bewusst umgehen wird, und so nimmt sich mit, aber das sind so Themen, müssen zurückzukommen, also das ist halt ein Scheiß-Thema, einfach weil es so groß ist, ja, und das weiß ich auch noch nicht, also das Fazit muss eigentlich sagen, irgendwie seht zu, dass ihr nur kürzlich das macht, wo ihr auch einen Nutzengrund habt, und dann, ja, so, wenn du jetzt feststellst, Google Analytics ist eine schöne Sache, weil ich da tolle Wichtchen raus tricke, brauchst du die wirklich, wenn du die nicht brauchst, brauchst du den Scheiß auch nicht zu machen, ja, dann hast du schon mal ein Problem weniger an der Backe, ja, wenn du Lockdowns hast und für irgendwelchen Server in dir rumlaufen, musst du diese IP-Adressen und alles, was da wie, wer, wann abgerufen hat, musst du das irgendwie länger aufheben, brauchst du in der Regel für eine Störung vielleicht mal reinzugucken, wenn du feststellst, hab mich noch nie reingeguckt, hat mich noch nie interessiert, dann schalte den Scheiß ab, ja, wenn ich von Twitter auf einen Link klicke, und mir eine Darts-Geschichte anschauen will, und dazwischen erscheint Google Analytics kurz auf, ich sehe es ja, im Normalfall geht das so schnell, dass ich es gar nicht sehe, was hat du für eine Chance, das wegzuschalten, ja, du kannst es am Twitter verwendet, ja, klar machen musst du den Kunden, also bei deinen Betroffenen, ganz schön deinem Kunden, dass da was anderes läuft, als das, was du in der Hand hast, das sind halt Dienste, die du da zu den Hücken stellst, also da ist eine Doppelklicklösung eigentlich eine super Lösung, das hat Reise auch veröffentlicht, kannst du alles einbinden, das ist kein Thema, das ist alles öffentlich, und open source, so dass du sicher sein kannst, wenn du da solche, solche Facebook-Packen zum Twitter, und was weiß ich was alles hast, baut das so in deine Lösung ein, dass derjenige, der da betroffen ist, sofort mitbekommt, das hat nichts mehr mit dir zu tun, wenn es da ein Problem gibt, dann habe ich ein Problem mit Facebook und mit Twitter, und nicht mit dir. Sehr gut, ja. Wir waren ja vorhin schon bei den Log-Files, wo standenmäßig IP-Adressen und was nicht noch alles reinläuft. Die IP-Adressen in den Log-Files braucht man ernsthafterweise hauptsächlich, wenn es irgendwie Störungen ist, also ich habe schon gehabt, dass ich mich gewundert habe, so, warum habe ich so viel Traffic auf dem Server, es ist irgendwie keine neue Episode rausgekommen, habe halt gesehen, eine IP fragt halt immer wieder die gleiche Folge zum Download ab, wo ich dann halt dann gesagt habe, okay, wie sperre ich dann aus, weswegen ich ungern auf die IP-Informationen verzichten möchte, aber könnte man dann einfach sich sagen, wenn ich jetzt sage, okay, ich schmeiße das nach 24 Stunden weg, weil länger brauche ich es nicht, aber wie macht man es an der Stelle mit der Einbindung, wenn jemand halt irgendwie, mit der Einbindung, wenn man das Ding über iTunes abonniert, der nie die Webseite gesehen hat? Was du machen kannst, du musst ja nicht überall eine Einbindung für haben, aber du solltest halt sowas wie Datenschutzinfos haben. Das heißt, in die Beschreibung einfach um die Datenschutzverklärung und Daten, und zwar zum Zwecke der Störungsbeseitigung, Verbesserung eines Service und ich halte die für maximal 30 Tage oder 24 Stunden oder 48 Stunden und danach werden sie gelöscht. Das ist eine saubere Information, da kann jeder was mit anfangen und dann sollte das natürlich auch so sein. Und das dann heißt, in die Feedbeschreibung mit reinkleben? Ja, oder eben auf deiner Webseite hast du irgendwo prominent, sagt man, ja, so, dass jeder mitkriegt, die Datenschutzinformation, da steht es halt drin. Weil ich mache es meistens mal oben rechts in Eck, weil dann kann jemand sagen, das ist irgendwie auf der fünften Bildschirmseite gewesen. Nach Themenmediengesetz, wenn du professionell machst, musst du zwei Klicks hinkommen oder spätestens am dritten Klick musst du die Info haben. Also es gibt wirklich eine Beschreibung, nach wie vielen Klicks musst du dort sein, Also wenn man es oben rechts mit einem Klick hat, ist man auf jeden Fall sauber. Immer im Frame mit ein, eben früher, Status hat man an jeder Seite unten hingeklebt und das kommt genau daher, weil du musst mit wenigen Klicks hinkommen. Aber das reicht, das muss nicht dieses Problem. und daslynn Mischa, das heißt, das ist mittelitätss, das ist die Frage, was es ist das. Aber ich habe ja das. das ist ja das. das stimmt nicht. Und das ist ja das. Aber ich habe ja jetzt dass ich das. Aber ich habe ja schon . Und zwar ist es ja, es ja auch schon mal wie Pourrasch. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.